So, Kotau. Schauen wir uns diesmal hier an. Wetter ist leider nicht so überragend, aber vielleicht wird es ja noch. Da fährt eigentlich nur die Sonne. Vorher habe ich mir eine super sportliche Taucherbrille gekauft, aber ich glaube, dass das ein rechtes Klump ist, weil ich es nicht dicht bekomme. Die Taucherbrille ist echt Müll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Teilweise haben schon recht steile Straßen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Straße ist so an sich eigentlich ganz gut ausgebaut, aber kurz vor der Linkskurve ist einfach keine Straße mehr, sondern nur noch Kies. Apropos Hund, gemein. Da wohne ich. So, ab geht's zum Schnorcheln. Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt bin ich auf der Insel, wo ich den Namen leider nicht aussprechen kann. Jetzt kommen wir zum Viewpoint. Das sieht man schön rüber auf die andere Insel. Schon bin ich um. Hier lasst du es aushalten. Die Kurven fasziniert mich irgendwie immer wieder. Bis zum nächsten Mal. Hier steht der Bagger, der mir nächstes Mal hier den Hang runtergepurzelt. Ja, was macht man dann damit? Stehen lassen. Das ist echt ganz schön stell hier. So, das war's mit Kotau. Weiter geht's Richtung Norden. Schaut's doch ab im nächsten Mal wieder hin.